Hallo und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Dwarf Fortress. So, okay, wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Ach ja, wir wollten... Hier auf jeden Fall... Eine Baracke. Ja. Eine Baracke wollten wir und eine Archery-Range. Bauen? Mhm. Muss mal grad gucken. Eins, zwei, drei... Acht. Äh... Ja, da muss ich noch ein Miner-Ding hinzufügen. So. Auf der anderen Seite entferne ich grad auch mal. So, dann haben wir hier unsere Archery-Range. Die sieht gut aus. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, also zehn Archery-Targets. Und eine Baracke. Und was ich noch rausfinden muss, ist... Äh... Wo sind die Work-Orders? Hier. Armour-Stand-Blocks. Mal gucken. Target. Hm. Military eigentlich. Armour-Stand. Und Web-Molek. Ja. Wenn ich das platziere, ach, das platziere Maus-Blöcken. Okay. Das ist dann schon mal gut. Aber was ich rausfinden wollte, war... Weil hier kann ich keine... Dings, keine Bolts herstellen. Kann ich die hier herstellen? Wab... Weapon-Wack... We... Be... Bur... Bucket... Bin... Armour-Stand... Hier eigentlich auch eher nicht. Beim Juwelier und Stoneworker sicher auch nicht. Äh, Workshops. Also, gehen wir mal kurz durch. Eschery. Kann's nicht sein, Bowyer. Ah, also doch im Crafts Workshop hier. Also hier. Aber nicht hier. Decorate. Make cloth, make horn, make ivory. Lederbar. Sick. Sick. Da sind sie, Wooden Bolts. So, ja, okay. Ja gut, die können wir dann auch schon mal in Auftrag geben. Gucken wir mal kurz, wie so unser Squad bestellt ist. Fehlen noch zwei Waffen. Fehlen noch ein paar Rüstungsteile. Jedenfalls die wichtigen erst mal. Musik. Und ja, was ich auch mal anfange zu machen, wenn wir eh Leute haben, die nicht viel zu tun haben. Garbage Damp. So. Und dann fange ich mal an, diese ganzen Steine hier. Also ja, ich weiß, das ist immer noch Cheating, weil sie die Steine in die Damp komischerweise schneller transportieren, als wenn sie sie so transportieren. Und das hier ist übrigens die falsche Ebene. Das heißt, dich remove ich, ich muss ja eins runter und platziere hier eine Damp. Garbage Damp. Dann kann ich weiter hier das Zeug dumpen. Einfach mal, dass wir ein bisschen aufräumen hier. Zeug ich jetzt einfach mal. Okay. Aber ja auch einfach, dass es alles an einem Ort ist. Weil Steine hier überall rumliegen zu haben, ist auch ein bisschen doof. Weil wenn sie hier überall so im Weg rumliegen... ...oder einfach außen irgendwo rumliegen. Äh, das nicht. Das wollten wir nicht. So. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, dann rennen alle los und fangen an, das Zeug zu dampen. Die gerade nichts zu tun haben. So, dann haben wir... Wurden Bolts. Machen wir mal 100 Stück. Auch noch. Und irgendwie haben wir... ...hier aus Versehen Sachen verboten. Achso, die werden automatisch verboten, sobald sie gedumpt sind. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. So viel Cheating, weil die Leute wirklich langsamer sind. Aber wir können so wenigstens aufräumen. Okay. Und was hast du genau vor? Ah, Walk Armour Stand. Okay. So, das heißt, ich kann hier schon mal... ... ... ... ... ... platzieren aus kalt blöcken so kann dann hier schon mal berg okay die platziere ich dann doch hierhin aber wir haben den ersten frühling können ja echt von glück reden dass wir bis jetzt noch nicht angegriffen wurden und goblins oder irgendwelchen anderen viel zeug okay ihr könnt hier trainieren und so weiter gut dann wir haben einen neuen jungen okay ja das heißt wir platzieren hier schon mal zwei stockpiles für harmonischen und eigentlich für harmonischen und weapons so und dann machen wir noch ein stockpile kopf ist es nicht äh 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 finished kurz coins klob burs blocs ja Armour. So. Das heißt, wir gehen hier in den. Armour nun. Weapon nun. Ammunition nun. Was ich auch noch machen werde, ist hier einen kleinen Stockpile errichten. Fürs erste. Nehmen wir maximal zwei Bins. So. Und dann Finished Goods. Artefacts. Hier rein platzieren. Und werde hier aus dem Stockpile Finished Goods. Artefacts rausnehmen. So. 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 Vielen Dank. Oh, da ist einer wieder handen. Okay. Damit können wir leben. Sagen unsere Aufträge so. Oh, Bolts werden hergestellt. Sehr schön. Das heißt, die Bolts haben jetzt hier... Sieht langsam aufgeräumter aus, oder? Das ist gut aus. Hier werden Archery Targets installiert und ich sollte das Ganze auch weiterlaufen lassen. Ich kann auch das hier jetzt noch alles dumpen. So, dann schleppen sie das nämlich auch mal weg. Ah, Weapon-Works sind fertig. Okay. Armour-Stands sind auch fertig. Also können wir die auch mal platzieren. Wie machen wir das? Achso, der ist noch irgendwo im Workshop wahrscheinlich. Dann platzieren wir jetzt... Die mal. Und jetzt noch den letzten Armour-Stand. So. Gut, das könnte ich ja, glaube ich, dem Squad hier... Schedule geben. Mal gucken. View Monthly Schedule. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020